Bei der bronchioskopischen Ventilimplantation handelt es sich um eine interventionelle Therapie für Patienten mit fortgeschrittener COPD und schwerem Lungenemphysemen. Durch die bronchioskopische Ventilimplantation werden kleine Einwegventile in die Bronchen eingesetzt, einen Lungenlappen verschlossen und dadurch die Lunge entbläht. Durch die Schrumpfung des Lungenlappens bekommt der Patient wieder mehr Platz zum Atmen für seine besseren Lungenanteile. Dies ermöglicht ihm möglicherweise sich in seinem Alltag wieder besser zu belasten und reduziert seine Atemnot.